Herzlich willkommen zur Alplan Version 2022. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit der automatischen Bewährung den Python Parts Elemente schneller ausarmieren können. In Alplan gibt es ja schon seit längerem die Python Parts. Zu finden sind Sie in der Bibliothek, im Standardordner, im Unterordner Python Parts. Dort sehen Sie verschiedenste Vorlagen, vielleicht kennen Sie noch die FF-Bauteile aus vergangenen Versionen mit integrierter Bewährung. Heute schauen wir uns mal genauer den Ordner automatische Bewährung an. Wir beginnen also erstes mit der Stütze. Diese doppelklicken wir und hier sehen Sie jetzt diese Palette mit all diesen Eigenschaften. Hier haben Sie ein Tutorial, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und verschiedenste Register, die zurzeit leer sind. Beim Kontextmenü sehen Sie, dass Sie eine Stütze anwählen müssen. Ich werte diese an und schon sind es die Register mit Informationen versehen. Hier können Sie verschiedenste Einstellungen erstellen, wie zum Beispiel Durchmesser, Abstände, Höhenlage, auch verschiedene Regionen können Sie hier definieren und zum Beispiel auch eine Schnittdefinition. Beim Workflow sehen Sie zuerst das Erzeugen. Somit ist die Bewährung jetzt drin und können hier noch Schnitte direkt erzeugen, die Sie direkt im Grundriss absetzen können. Wie Sie sehen, schon mit der Beschriftung, Vermassung und mit der Quote. Als nächstes machen wir weiter mit dem Balken. Hier das gleiche Prinzip. Wir haben die Palette auf der linken Seite, wählen das Element aus, geben alle Parameter korrekt ein und klicken danach auf Erstellen. Und somit haben wir den Balken mit mehreren Positionen erstellt. Diese sind normale Eisen, können jederzeit im Nachhinein verändert und modifiziert werden. Weiter geht's mit der Wand. Hier haben Sie die Möglichkeit auch obere Wände anzutippen oder bereits die Öffnungen einzugeben. Sie wählen die Wand aus, danach die Öffnungen, es können Fenster oder Türen sein. Und jetzt auch hier wieder in der Palette die Parameter richtig eingeben. Schauen Sie die Parameter genau an. Es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch Beschriftungsnamen und so weiter. Und danach erstellen Sie die Bewährung. Hier auch wieder einen Schnitt, den Sie direkt im Grundriss absetzen können. Mit Ansichten, verschiedenen Schnitten, mit vordefinierter Beschriftung, die Sie jederzeit ernten können. Und somit können Sie rasch und einfach ganze komplexe Bewährungen erstellen. Zuletzt noch einen Bonus-Tipp. Bei diesen Python-Parts gibt es ja in den Paletten sehr viele Einstellmöglichkeiten. Teils sind sie jeweils auf dem Standard-Layer und alle die Eigenschaften, die Sie brauchen, sind recht aufwändig einzugeben. Darum empfehlen wir Ihnen, speichert euch alles als Favorit ab. Und zwar diese Elemente, die Sie für richtig halten. Und somit sparen Sie sich auch hier wertvolle Zeit. Nach dem Absetzen können Sie Ihre Eisen sauber beschriften und anschreiben und dann den Plan generieren. Sie haben im Allplan-Ordner verschiedenste Python-Parts zur Verfügung. Schauen Sie dies an und finden diese, die Sie brauchen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, zu liken und klicken Sie auf die Glocke, damit Sie auch spätere Tipps niemals verpassen.